Heute folgt nun der zweite Teil zu den Münzen der Deutschen Demokratischen Republik. Dabei möchte ich euch die Sondermünzen mit den Nominalen 5, 10 und 20 Mark vorstellen. Diese werde ich in vier Gruppen einteilen. Dann einmal die Münzen, die jeder im Portemonnaie haben konnte. Dann die Münzen, die man ab und zu mal im Umlauf gesehen hat, die es auch mal als Auszeichnung in der Lohntüte mitgegeben hat. Dann die Münzen, die man entweder über den Kulturbund bekommen konnte oder aber dann für Westgeld. Und zu guter Letzt noch Münzen, die nur als Proben erschienen sind, als Varianten erschienen sind, die man im Regelfall nicht hatte. Die Münzen der DDR gibt es einmal als Kupfer-Nickel-Legierung. Dann gibt es vor allem bei den preiswerten Münzen diese Stücke in Kupfer-Nickel-Zink. Aber die DDR hat auch zahlreiche Silbermünzen hervorgebracht in 999er Silber. Das ist die 20-Mark-Münze Brandenburger Tor von 1990. Aus den Anfangsjahren gibt es Münzen in 800er Silber. Danach folgten Münzen in 625er Silber. Und später folgten dann noch Silbermünzen mit einem Silbergehalt von 500. Fangen wir mit den 5-Mark-Münzen an. Zu den sehr häufigen Münzen gehören dabei die Ausgaben von 1969, 20 Jahre DDR, mit einem Kupferanteil von 900 und einem Nickelanteil von 100. Dann die 5-Mark-1971 Brandenburger Tor. Und auch die 5-Mark-1972 Meißen. In der zweiten Einteilung Münzen, die man ab und zu mal gesehen hat, dazu gehören zum Beispiel von 1982 Goethes Gartenhaus und von 1983 die Schlosskirche Wittenberg. In der dritten Gruppe finden wir relativ viele Münzen. Auch hier einige Beispiele. Einmal von 1983 Max Planck Von 1986 Kleist Und von 1989 Kurt Tucholsky Außerdem finden wir in der dritten Klasse auch viele Münzen der Reihe Brandenburger Tor. Dann allerdings nicht von 1971, sondern von anderen Jahrgängen. Dazu zählen zu den seltensten, ich sag mal regulären Münzen, die 5-Mark-Brandenburger Tor von 1983 und 1985, denn diese gibt es eigentlich nur in der Komplettzusammenstellung der Brandenburger Tore. Diese wurden als ein eigener Satz ausgegeben und haben jeweils nur eine Auflage von 3000 Münzen. Kommen wir dann zu den Proben und Varianten. Da haben wir einmal die 5-Mark 1969, 20 Jahre DDR, mit einem erhöhten Nickelanteil von 250 Anteilen und einem dafür gesenkten Kupferanteil von 750 Anteilen. Diese Münze weist dann einen Farbunterschied auf, der eher ins Weiße oder eher ins eben Nickelfarbene hineingeht im Vergleich zu der Münze von 1969, die regulär herausgekommen ist, sieht man den Unterschied recht gut. Diese Probe hat eine Auflage von 12.741 Exemplaren. Weitere Proben sind zum Beispiel die 5-Mark Einstein-Turm Potsdam von 1986 mit einer Auflage von nur 10 Exemplaren oder die 5-Mark von 1990 Postwesen mit dem abgebildeten Posthorn mit einer Auflage von nur 110 Stück. Kommen wir zu den 10-Mark-Münzen. Da zählen zu den sehr häufigen, von 1972 Buchenwald und von 1975 20 Jahre Warschauer Vertrag. Bei den ab und zu anzutreffenden Münzen sehen wir zum Beispiel von 1986 Ernst Thälmann oder von 1989 40 Jahre RGW. Zu den Münzen, die man nur mit viel Beziehung oder Westgeld bekommen konnte, gehören unter anderem von 1966 Karl Friedrich Schinkel, von 1979 Ludwig Feuerbach oder von 1986 die Charité Berlin. Bei den 10-Mark-Münzen gibt es auch wieder viele Proben und Besonderheiten. Da gibt es einmal von 1967 bei der 10-Mark Käthe Kollwitz eine Randschriftvariante. Da ist zu lesen dreimal 10 Mark und ein Stern anstatt die Randschrift 10 Mark der Deutschen Notenbank. Dann gibt es von 1975 eine Motivprobe der Münze Albert Schweitzer, bei der die Vorderseite anders gestaltet ist und zwar wie bei der 10 Mark Warschauer Vertrag. Diese Motivprobe hat eine Auflage von 8.810 Exemplaren. Dann gibt es außerdem von 1977 die Motivprobe Otto von Guericke. Diese hat eine Auflage von nur 6.000 Exemplaren. Weitere Proben, die auch hier wieder etwas ins Geld gehen, sind zum Beispiel von 1974 die Silberprobe zu 25 Jahre DDR. Ebenfalls von 1974 zur 10 Mark Caspar David Friedrich gibt es eine Bimetallprobe. Hier beträgt die Auflage wohl nur 3 Exemplare und von 1985 die 10 Mark 40 Jahre Befreiung mit der Statue des Armeesoldaten. Diese gibt es einmal in Rotgold, aber auch in Weißgold mit einer Gesamtauflage von 266 Exemplaren. Kommen wir zu den 20 Mark Münzen. Hier gibt es auch wieder sehr preiswerte dazu zählen unter anderem von 1972 Friedrich von Schiller und von 1973 Otto Grotewohl. Münzen, die man nicht ganz so häufig gesehen hat, sind zum Beispiel 20 Mark von 1979 30 Jahre DDR oder von 1983 Karl Marx. Bei den 20 Mark Münzen, die man normalerweise nicht bekommen hat, finden wir zum Beispiel von 1966 Gottfried Wilhelm Leibniz von 1980 Ernst Abbe und von 1988 Karl Zeiss. Die drei Münzen, die immer am teuersten genannt werden, das sind die 20 Mark Luther, die Gebrüder Grimm mit dem gestiefelten Kater und das Stadtsiegel Berlin zählen natürlich auch mit in diese Kategorie. Bereits zu Beginn des Videos hatte ich eine 20 Mark Münze in Feinsilber angesprochen, das Brandenburger Tor von 1990. Diese gibt es in zwei Metalligierungen, einmal eben in Feinsilber, aber auch in Neusilber geprägt. Weitere Varianten und Proben sind hier zum Beispiel von 1967 die 20 Mark Humboldt. Auch hier wieder eine Randschriftvariante. Zu lesen ist da dreimal 20 Mark und ein Stern, statt 20 Mark der Deutschen Notenbank. Die Auflage hier beträgt schätzungsweise wieder etwa 5000 Stück. Dann von 1975 die 20 Mark Bach als Probe. Hier ist die Inschrift vertieft geprägt statt erhöht. Die Auflage beträgt 10.261 Exemplare. Dann gibt es die 20 Mark von 1979, 30 Jahre DDR. Hier eine Probe mit einem Blatt darauf. Daher auch die sogenannte Blattprobe. Die Auflage hier beträgt 10.000 Exemplare. Weitere 20 Mark Proben sind zum Beispiel von 1982 Clara Zetkin als Motivprobe mit einer Auflage von 90 Münzen. Wer sich die teureren Proben und die schwindelerregenden Preise dazu gern mal ansehen möchte, der kann gern auf die Website von Beutlermünzen gehen. Ich werde das auch in der Videobeschreibung verlinken. Dort kann man sich mal einen Überblick über die oder über einen Teil der Proben verschaffen. Ich weiß gar nicht, ob da alle gelistet sind. Auf jeden Fall schön sowas mal zumindest als Bild zu sehen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der zweite Teil der DDR Münzen hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.